So, alles klar, Mädels, ich will sagen, machen wir es erstmal ganz langsam, so eine kleine Rührungsphase. So, komm her, meine Frage, wir machen es erstmal ganz langsam, ganz jetzt spartier. So, komm her, das war die Eingewirrungsphase. Also, ich will sagen, schwupp machen wir es mal ganz nach oben hier. Los geht's. So, alles klar, sieht auch schon mal gut aus hier. So, komm her, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wollt ihr noch, könnt ihr noch? Das macht eine kleine Gesichtskontrolle hier. Alles klar, das sieht gut aus. Ich würde sagen, holen wir nochmal einen Schwung hier. So schnell kommt ewig aus. So, alles klar, komm her. So, alles klar, wir machen immer wieder hoch hier. Los geht's. Ich wohne jetzt hier. So, alles klar. Das ist ein anderer Punkt beimhingtonen. So, alles klar. So, alles klar, sowas. So, alles klar, sowas, sowas. So, alles klar, sowas, sowas. So, clusters auf die Eingewirr entr márики. Könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Dann los, komm her, einmal auf Sprung, hören wir noch, egal. So, komm her, ich spurt jetzt hier, los jetzt. So, alles klar, 20 Meter hoch, hier los geht's gut. So, alles klar, komm her, wir haben's geschafft, wir setzen wieder zur Landung an, ihr seid entlassen, ihr seid entlassen, ihr Nacken. So, komm her, wer will noch, machen wir, hat man jetzt wieder die Fahrschiff von der Kasse, und wir müssen jetzt nochmal einsteigen hier.